Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einem neuen Community Replay. Heute haben wir eine Runde vom Abwehrriesen und dieser war mit dem italienischen Premium Kreuzer auf Stufe 6 der Gorizia unterwegs. Bevor wir ins Gefecht gehen, schauen wir uns mal kurz an, welche Module und Kapitänskillung er nutzt. Er hat einmal verbaut C-System Mod 1, im zweiten Slot nutzt er Antriebsmod 2, im dritten Slot Tarnsystem Mod 1. Außerdem verwendet er die SAP Granaten und als Kapitän nutzt er den Luigi Sanzonetti mit der Basisfähigkeit Ergide und geskillt hat er außerhalb der Reichweite Homerun, Durchstoßen fixiert als legendären Skill, vollständig verpackt und bei den Inspirationen interessanterweise voll auf Tarnung, was natürlich super ist mit dem Jersey Swirsky und den Gunichi Mikawa. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Gefecht. So, wir sind direkt mit dem Abwehrriesen im Gefecht, spielt hier gemeinsam in der Division mit einer München auf der Karte. Nördliche Gewässer im Herrschaftsmodus. Fünfer, sechster Gefecht hier auf jeden Fall mit nur einem Dachtschiff im Gegnerteam, im eigenen Team sogar gar keins. Das sind natürlich beste Voraussetzungen für eine Gorizia. Gerade auch die AP kann auf jeden Fall sehr gut die Tardellen verteilen. Und los geht es. Und ihr seht es oben neben der Minimap mit der Skillung hat er einen Tarnwert von 8,6 Kilometern erreicht. Das ist natürlich super, um dort eventuell sogar zu flankieren, einfach aus dem Nichts zu kommen, um die feindlichen Kreuzer zu bestrafen, aber auch natürlich die SAP Munition. Die halb panzerbrechende Munition ist natürlich äußerst stark, gerade gegen Zerstörer. Fährt hier auch mit seinen Divisionskollegen Richtung C als erstes. Die SAP ist geladen. Flugzeugträger in der Runde. Aktuell natürlich noch nicht äußerst viel aufgeklärt. Aber die feindliche Kalifornia wurde vom Flugzeugträger aufgeklärt. Hat hier extra nochmal ein bisschen gewartet mit dem Schießen, um hier eventuell ein besseres Ziel zu finden. Und dort ist auch die Schorsch aufgeklärt. Hatte hier leider die SAP geladen gehabt. Mit der AP wären dort sicherlich Zitadellen drin gewesen. Schorsch fährt hier natürlich angenehmerweise Breitseite. Kleiner Hippie auf jeden Fall gegen Breitseiten. Kreuzer speziell ist natürlich die AP Munition deutlich besser. Und die Schorsch wäre definitiv mit den drei Salven schon draußen gewesen. Pure Breitseite. Sofern die Gegner angewinkelt sind, ist natürlich die SAP Munition besser. Weil diese quasi nicht abprallt. Leider Gottes schon zwei Schiffe im eigenen Team draußen. Das ist natürlich überhaupt nicht gut. Nach quasi zweieinhalb Minuten zwei Schiffe zu verlieren. Ich habe selber auch noch gar kein Video zur SAP Munition gemacht. Ich habe ehrlich gesagt seitdem auch nicht die italienischen Kreuzer überhaupt gespielt. Einfach sehr wenig Zeit. Aber hier wären auf jeden Fall einige AP-Momente drin gewesen. Aber gut, die Schorsch ist dennoch draußen. So, die feindliche California pusht in die Mitte. Sehr, sehr aggressiv. Schöner Treffer hier mit der SAP. Schön in die Aufbauten. Das hat richtig gut Schaden gemacht bei California. Und dort wurde die Z39 gefunden. SAP ist geladen. Das wird wahrscheinlich sehr wehtun. Gucken wir mal, was bei rumkommt. Und ja, 8000 Schaden hier. Wobei nur 5 Granaten getroffen haben. Hätten dort alle 8 Granaten getroffen. Wäre dort definitiv ein vernichtender Schlag drin gewesen. Das ist natürlich die Stärke der SAP. Einfach gegen Zerstörer. Macht man halt einfach unfassbar viel Schaden. Auch hier 4000. Aber kein gutes Gefecht hier, was das blaue Team angeht. Fünf Schiffe sind nach vier Minuten schon draußen. Das ist natürlich äußerst kritisch. Leider auch seinen Divisionskollege habe ich gar nicht mitbekommen, wie das passiert ist. Muss ich natürlich jetzt hier auch alleine zurückziehen. Kassiert jetzt hier auch eine Zitadelle von der California, die dort immer noch gemütlich in der Mitte der Karte rumsteht. Das war auf jeden Fall ein klassisches Beispiel vom blauen Team. Einfach viel zu aggressiv nach vorne gefahren. Klar kann man aggressiver spielen, wenn wenig Schlachtschiffe in der Runde sind. Aber alle Schiffe sind hier mehr oder weniger quasi fast in der Mitte der Karte gestorben. Waren dort einfach viel zu dicht dran. Die Kalifornia dort sicherlich auch nicht unbeteiligt. So, York schön angewinkelt, aber die SAP gegen angewinkelte Kreuzer gegen die York dort natürlich hervorragend. Die ist jetzt hier nochmal auf die Z39. Eckgeschütze kamen durch und konnten hier den Gegner rausnehmen. Es ist immer noch auf jeden Fall alles offen. Gegnerteam hat in Anführungszeichen nur ein Schiff mehr. Und die York hat jetzt hier nochmal schön kassiert. Aoba. Wort auf Hoher, Reichweite unterwegs. Leider hier auch die SAP drin. Das wäre eine richtig leckere Salve mit mehreren Zitadellen. Vermutlich mit AP gewesen. Dennoch war der Schaden natürlich nicht verkehrt. Macht das hier aber auf jeden Fall super, der Abwehrriese, was die Positionierung angeht. Kitet hier auf den Gegner in Unterzahl weg. Genau so sollte man es machen. Jetzt wird die SAP hier auch gegen die York ständen. Mit der AP würde man natürlich hier in dem Fall nur Abpraller bekommen. Anwinkel, die SAP macht dennoch sehr viel Schaden. Und mit der nächsten Salve sollte die York hier auch rausgehen. Sehr schön. Leider auf der anderen Seite auch noch ein weiteres Schiff verloren. Dementsprechend bleibt der Abstand gleich, was die Schiffe angeht, ein Schiff weniger. Und das Gegnerteam hat natürlich mittlerweile die Kontrolle übernommen. Mich wundert das ein bisschen, dass die California es immer noch nicht geschafft hat, das B-Cap in der Mitte einzunehmen. Seitdem diese dort drin ist, ist das gefühlt schon 5 Minuten vergangen. Auch nochmal hier einen soliden Treffer gegen die Erober. SAP hat natürlich den Nachteil, dass keine Zitadellen gemacht werden können. Dementsprechend überlebt die Erober auch relativ lange hier gerade. Aber weicht hier auf jeden Fall gut aus. Und wird jetzt hier auch mit der nächsten Salve die Erober rausnehmen. Die California hat mittlerweile zum Glück auch nicht mehr ultra viel Trefferpunkte. Wird aufgeklärt vom Flugzeugträger. Nutzt hier auch im perfekten Moment den Nebel. Ist leider kurz hinter der Insel verschwunden. Flugzeugträger sollte dort aber gleich wieder aufklären. Da kommen Torpedos vom, von der Erober noch. Glück gehabt. Schönen Treffer hier nochmal gegen die California. Die SAP ist natürlich auch super gegen die Aufbauten von Schlachtschiffe. Hat hier wirklich schon sehr, sehr schöne Salven gemacht gegen die California. 105.000 Schaden mittlerweile erreicht. Leider ist nur noch der Flugzeugträger übrig. Der Nebel verschwindet auch langsam. Nächste Salve ist draußen. Hat hier nicht ganz gereicht. Für den Kill. Flugzeugträger braucht leider noch einiges an Zeit, um dort wieder anzukommen. Und selber wird der Abwehrriese hier natürlich vom feindlichen Flugzeugträger angegriffen. Geht hier auf jeden Fall voll Risiko. Rauf. California hat zum Glück nur geschafft, ein Geschütz abzufeuern. Und belohnt sich jetzt hier mit der Krake. Leider muss der anwinkeln zum Schlachtschiff. Und dementsprechend ist er jetzt hier in den Torpedos reingedreht. Was natürlich ein bisschen unglücklich ist. Da wäre auf jeden Fall vielleicht der bessere Spielzug gewesen, einfach zu warten, bis der Flugzeugträger kommt. Mit der Hoffnung, dass der Flugzeugträger auch für die California geht. Aber das weiß man halt vorher nie, was dann passiert wäre. Leider hat das Gegnerteam alle drei Cap-Punkte. Und der feindliche Kreuzer ist leider noch relativ voll vom Leben her. Aber dort ist der feindliche Flugzeugträger. Hier kann auch die SAP Zitadellen machen. Weil diese einfach so leicht gepanzert sind. Schöner Treffer. Die Ryuchu wird hier gleich rausgehen. Bisschen zu viel hier im Tunnelblick. Von hinten kommt nämlich noch ein Angriff mit Torpedobombern. Wirft jetzt hier auch ab. Und dreht hier leider direkt in den Torpedo rein. Schade, schade. Aber was für eine geile Runde. Sechs Kills geholt. Sind noch vier Minuten auf der Uhr. Aber leider bin ich mir relativ sicher, dass der Flugzeugträger es nicht schaffen wird. Selbst wenn er hier richtig gute Abwürfe schafft. Die Boise in der Zeit rauszunehmen. Wir machen mal einen kleinen Cut. Schauen uns an, wie die Runde ausgeht. So, zurück zur Runde. Die letzten 15 Sekunden sind angebrochen. Leider hat die Boise noch relativ viele Trefferpunkte. Und nimmt hier eventuell sogar noch den Flugzeugträger raus. Wird auf jeden Fall eine enge Kiste. Aber die Runde leider verloren. 148.000 Schaden wurden es am Ende. Das ist natürlich ein richtig geiles Ergebnis. Gerade am Ende der volle Flugzeugträger war natürlich sehr, sehr lecker. Dort wirklich in wenigen Salven. 40.000, 50.000 Schaden nochmal mitgenommen. 153 Treffer mit der Hauptbatterie. Zwei Schiffe aufgeklärt. Denn sogar 13 Flugzeuge abgeschossen. Sechs Schiffe zerstört. Vier Citadellen. Einmal das Cap verteidigt. Und 13 Sekunden der Treffer. Und dann gab es noch Unterstützer, Großkaliber und Krake. Gucken uns auch nochmal das Teamergebnis an. Hier auf jeden Fall. Super Runde, was die Basis-EP angeht. 2.400 Basis-EP in einer Niederlage. Das wären beim Sieg ca. 3.700 gewesen. Aber auch ein Gegnerteam, die Boise wirklich stark spielt. Bauen uns auch nochmal schnell den Wirtschaftszweig an. Und das hat sich hier richtig gelohnt. Mit dem seltenen Booster nur sogar 956.000 Kreditpunkte Profit gemacht. Das wären über eine Million gewesen mit dem epischen Booster. Und das soll es dann auch soweit mit dem Community Replay vom Abwehrriesen gewesen sein. Auf jeden Fall sehr, sehr starke Runde. Gerade was das Ergebnis angeht. Und auch das Positioning in der Runde. Leider das eine oder andere Mal die AP nicht genutzt. Was sicherlich noch ein bisschen effektiver gewesen wäre. Da hätte man die Gegner teilweise früher rausschießen können. Und wer weiß, was das für einen Unterschied gemacht hätte. Ein Gegner früher raus, macht da vielleicht weniger Schaden gegen das eigene Team. Und ein Schiff überlebt länger. Das kann auf jeden Fall auch mal die Runde entscheiden. Aber ganz klar, dort natürlich ein bisschen Defizite, was beim blauen Team angeht. Richtig super Runde. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Haut. Ciao.